Willkommen! Es geht hier einzig und allein um das Lösen dieser Gleichung. Die Aufgabe wurde mir zugesendet von einem Benutzer dieses Kanals und ich habe mich entschieden, daraus ein Video zu machen, nicht weil sie sonderlich schwer ist, sondern weil ich sie interessant fand. Ideal wäre natürlich, wenn ihr euch am Anfang selbst ein paar Gedanken über das Lösen dieser Gleichung macht. Die Aufgabe, die ihr hier seht, ist eigentlich problemlos mit mathematischen Mitteln aus der Mittelstufe lösbar. Trotzdem glaube ich, dass diese Aufgabe irgendwo im Grundstudium gefunden wurde. Für den Anfang machen wir uns ein paar Gedanken über die Definitionsmenge dieser Gleichung. Damit meine ich natürlich, welche x kommen als Lösungen hier überhaupt in Frage. Von links nach rechts gesehen haben wir als erstes ein Exponentialterm x hoch Lg von x. Zur Erinnerung, Lg war ja nichts anderes als die Abkürzung von Logarithmus zu Basis 10. Und vielleicht wird uns diese Information, die ich auch noch rechts eingeblendet habe, später ein bisschen hilfreich. Wenn ihr ein bisschen über die Logarithmusfunktion nachdenkt, solltet ihr euch daran erinnern, dass man im Logarithmus nur positive Zahlen einsetzen darf, natürlich die größer als 0 sind. Und das wäre schon die erste einschränkende Bedingung hier, dass x größer sein muss als 0. Das schreibe ich schon mal hier hinten dran. x ist größer als 0. Und der zweite Term ist ein gebrochen rationaler Term, wo x unter dem Bruchstich steht. Das bedeutet, die verbotene Zahl hier wäre 0, weil wir nicht durch 0 teilen können. Aber diese 0 wurde schon ausgeschlossen durch die Randbedingung des ersten Terms. Das bedeutet, das hier ist unsere Definitionsmenge. Man kann das natürlich auch in Intervallschreibweise schreiben, als offene Intervall von 0 bis unendlich. Da wir jetzt unsere Definitionsmenge haben, können wir endlich anfangen, die Gleichung zu lösen. Weil die zwei Terme auf der linken Seite nichts gemeinsam haben, wäre gut, wenn wir sie trennen. Wir müssen dann lezentlich irgendwie an dieses x oben in Lg drankommen. Also, dann bringe ich erstmal das hier rüber mit plus 100 durch x. Entsprechend haben wir dann auf der linken Seite nur noch x hoch Lg von x. Und ist gleich 100 durch x. Damit wir jetzt an dieses x oben oder an Exponenten kommen, müssen wir natürlich die Gleichung logarithmieren. Und wie logarithmieren? Natürlich mit dem Logarithmus in Basis 10 oder kurz gesagt mit Lg. Entsprechend haben wir dann auf der linken Seite Lg von x hoch Lg von x. Und auf der rechten Seite haben wir einfach Lg von 100 geteilt durch x. So, jetzt. Egal wie hässlich dieser Terme auf der linken Seite aussieht. Es gibt eine Regel, die uns weiterhilft, die blende ich rechts ein. Also, hier ist die passende Logarithmusregel oder das passende Logarithmusgesetz. In einem Logarithmus darf man die Exponenten einfach nach vorne ziehen. Das heißt, wir haben dann entsprechend Lg von x mal Lg von x. Und auf der rechten Seite können wir auch eine weitere Logarithmusregel anwenden, die uns sagt, wie wir Quotienten-Logarithmus zerlegen. Und zwar die hier, rechts unten. Man kann das in eine Differenz von Logarithmen zerlegen. Entsprechend haben wir dann Lg von 100 minus Lg von x. Und jetzt könnten wir links und rechts schauen, welche Terme sich noch ein bisschen vereinfachen lassen. Auf der linken Seite haben wir Lgx mal Lgx. Wenn wir das anhand der Potenzregel zusammenfassen, dann haben wir eigentlich Lg von x alles in Quadrat. Und auf der rechten Seite haben wir erstmal Lg von 100. Das können wir auch ein bisschen anders schreiben, weil zur Erinnerung, die Basis dieser Logarithmus ist 10. Deshalb kann man das auch noch schreiben als Lg von 10 hoch 2. Was das bringt, sehen wir gleich. Hinten Lg von x, da können wir nichts mehr machen. Also nur abschreiben. Vorne lasse ich jetzt den Term auch in Ruhe. Also wir haben dann Lg von x ins Quadrat. Und hier bei unserer Lg von 10 hoch 2 können wir wieder die zweite Logarithmusregel anwenden. Das ist die hier. Und dann haben wir entsprechend 2 mal Lg von 10. Minus natürlich Lgx. Jetzt Lg von 10 lässt sich noch ein bisschen vereinfachen. Also wenn die Basis und das Argument im Logarithmus gleich sind, dann ergibt das 1. Das war einer dieser besonderen Werte beim Logarithmus. Und das bedeutet, Lg 10 ergibt 1. Das können wir auch so verdeutlichen. Da haben wir hier einfach nur 2 mal 1, was wiederum 2 ergibt. Also, soweit sind wir bis jetzt gekommen. Ich habe nochmal den Term eingeblendet. Die Frage ist, was machen wir ab hier? Empfehlenswert wäre erstmal alles auf eine Seite zu bringen. Also, ich bringe einmal plus Lg von x, also Minus Lg mit plus Lg von x rüber und dann natürlich noch die 2. Und entsprechend haben wir dann auf der linken Seite Lg von x alles ins Quadrat. Übrigens, das kann man auch so schreiben. Also, hier beim Lg eine hoch 2. Dann plus Lg von x und am Ende noch Minus 2 ist gleich 0. Und jetzt, diese Gleichung sieht auch nicht ideal aus, aber die kann man problemlos lösen mit Substitution. Also, wir substituieren oder ersetzen natürlich das, was nicht so gut aussieht, also Lg x mit einer anderen Buchstabe. Ich wähle jetzt einfach mal U, aber ihr könnt nehmen, was ihr wollt oder was ihr gewohnt seid. Entsprechend lautet dann oder wird dann aus Lg von x Quadrat, nichts anderes als U Quadrat. Und dann kommt noch plus U minus 2 ist gleich 0. Und das ist eine quadratische Gleichung, die man mit der ABC-Formel oder auch sogenannte Mitterner-Formel lösen kann oder sogar PQ-Formel, was auch immer euch besser gefällt. Und ich mache es jetzt mit der ABC-Formel. Also, U12 ist gleich minus 1 plus minus Wurzel aus 1 ins Quadrat minus 4 mal 1 mal minus 2. Ich habe es ein bisschen ausführlicher geschrieben. Und das Ganze schön geteilt durch 2 mal 1. So, jetzt fassen wir erstmal diesen Term unter der Wurzel zusammen. Da haben wir 1 plus 8 sind 9. Wurzel aus 9 sind natürlich 3. Deshalb 1 plus minus 3. Und das Ganze geteilt durch 2. Somit kriegen wir zwei Lösungen raus. U1 minus 1 plus 3 sind 2 geteilt durch 2. Das ist natürlich 1. Und U2, da haben wir minus 1 minus 3. Das minus 4 durch 2 sind minus 2. Und das Einzige, was wir jetzt noch brauchen an dieser Stelle, ist natürlich eine Resubstitution. So, ich kürze ab mit Resubst. Um die durchzuführen, schauen wir mal zu unserer Substitution. Da steht LG von X ist gleich U. Wir haben jetzt passte Werte für U rausbekommen. Deshalb setzen wir sie da oben, unsere Substitution für U, schön der Reihe nach, ein. Entsprechend haben wir dann als erster Ansatz LG von X ist gleich 1. Und um diese logarithmische Gleichung zu lösen, müssen wir natürlich sozusagen exponieren. Und zwar mit Basis 10. Also man kann es auch so andeuten. Also auf beide Seiten wird alles in 10 Hochformen geschrieben. Wir haben dann entsprechend 10 hoch LG von X ist das gleiche wie 10 hoch 1. Und 10 hoch LG von X, zur Erinnerung, ist einfach nur X, weil die Basis hier oben beim Logarithmus identisch ist mit der Basis unten. Also das verschwindet und bleibt nur X übrig und 10 hoch 1 sind 10. Und das wäre auch unsere erste Lösung. Es ist eine Zahl größer als 0, also passt auch mit dem Definitionsbereich. Die zweite Lösung wäre dann entsprechend LG von X ist gleich minus 2. Auch hier tun wir dann mit der Basis 10 exponieren. Und entsprechend haben wir dann 10 hoch LG von X ist das gleiche wie 10 hoch minus 2. Also auf der linken Seite bleibt wieder nur X übrig. Und auf der rechten Seite 10 hoch minus 2 ist auch 1 durch 10 hoch 2 oder ein Hundertstel. Und diese Lösung liegt natürlich auch noch in unserem Definitionsbereich. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise bezogen auf die mathematischen Mittel, die gebraucht wurden, um diese Gleichung zu lösen. Also wir haben natürlich die Lösung von Exponentialgleichungen gebraucht, aber auch von Logarithmusgleichungen sowie Logarithmusgesetze. Wenn bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn euch das Video geholfen hat, vergisst nicht.